Ja, Borussia, ja, war Freitag mit Schnapperleger in der Malamöhe, in Kölle, im Müngersdorfer Stadion, wo er immer noch Geisbockpille. Ich dachte, der Geisbock, der muss nach dem Spiel in die Reha, ja, Katze knicken, der macht jetzt Buddybilling, Riesentruppe in Kölle, die haben richtig Delapenos im Ruh, Fans, Champions League, alles mega. Ja, ja, und unsere Borussia, ja, das kommt davon, wenn man schwarze Trikots anhat, bunte Disco-Pörler und beim Warmachen steht der Pullermann auf Halbmast, weil man nur den Cheerleader zuguckt. Also wenn du so in den Champions League kickst, ja, hör mal, die fackeln uns aus dem Stadion, hör mal, wenig Puls Favre, hast wieder deine Kreislauftabletten vergessen oder was, du brauchst 62 Minuten, ja, um zu merken, dass wir keine 2-6er brauchen, also ich sag mal so, ja, wenn Wanderdüne Weigel für jeden verlorenen Zweikampf eine Flugmeile kriegen würde, ja, dann kann ich nur sagen, guten Flug nach Australien, ey, unfassbar. Hör mal, wenig Puls Favre, ich geb dir mal einen Tipp, bring mal, hör mal, ich hab Brand schon in der Halbzeit, dann hast du weniger Probleme. Wat ein Pörler, echt, hör mal, hier Paragraph 1, ja, die haben ja hier Colgate Cantino, ja, der Mann, der sich mit dem Kärcher die Hauer putzt, ja, aber hör mal, ich hab Brand, ja, boah, wat ein Kicker, ja, richtiger Silberrücken, geht richtig ab, hör mal, mega Transfer, echt. Also den Jungen, ja, den will kein Mensch im Rückspiegel haben, ja, und wenn wir da noch mit vorne, den besten 19-Jährigen der Welt, Sancho Pancho und hinten Casey Hummels, hör mal, da geht was dieses Jahr. Aber da muss von Anfang an ein bisschen mehr Cojones, muss da rein vorne im Stollen, ja, Apropos Cojones, hör mal, einen hab ich noch, hier, lieber DFB, ja, hör mal, wenn Paragraph 1 kickt und ihr Andrea Bocelli und Stevie Wonder da im Keller einsetzt, ja, und euer Handregel da nur noch peinlich ist, ja, dann macht mal so weiter, hör mal, ich sag mal eins, ja, jede Kellerassel auf diesem Planeten hat mehr Sehstärke als diese Grottenolme da im Keller beim DFB. Macht den Scheißkeller dicht und stellt wieder Kartoffeln an ein Mensch. So, Borussen, ey, jetzt geht's nach Union Berlin, hör mal, die haben zwar keine Ahnung, wie man einen Flughafen baut, ja, aber die werden mit Sicherheit, vor dem Spiel, werden die roten Gulasch, werden die roten Gulasch, werden die essen. Also, wenig Puls fahre, volle Pulle Kreislauf, ja, im Stutzen, weiter Richtung Borsigplatz und von Anfang an richtig Schmand auf die Pfeife, ja, denn es gibt nur eins, es gibt wirklich nur eins, nur der BVB, aber nur der BVB. Neues aus der Kornbrennerei Börnte. Ja, Borussen-Berni, hör mal, ich bin stolz wie Bolle, da ist er, der Borussen-Berni-Klopper, der Maracuja-Likör, immer wenn Borussen jetzt spielt, haben wir uns den rein in den Glatze und wenn wir mal nicht gewinnen, dann haben wir uns den rein in den Glatze und dann gibt's mal richtig, richtig Pace im Kreislauf für Pölerinnen und Pöler. Jetzt bei Rewe Dortmund in deiner Kneipe und unter waldgeist.shop